Heute bei Jan Maxi, wie man ein Mauspad aus Papier herstellt. Alles was man dazu braucht ist eine Maus, ein Mauspad und natürlich Blattpapier und eine Schere. Zuerst schneiden wir drei Streifen aus dem Papier und formen sie dann zu Dreiecken. Wirken bis zum Dreiecken aus dem Papier, die damit in die Luft geöffnet werden. Die Flügel hat auch noch nicht aus dem Mörder aus dem genug, so wir führen, um die Flügel aus dem lateen Gehirn abn 어angen. Wenn die Flügel hat, dann auch wir fangen an. Bis zum nächsten Mal.